Die Tochter hat ja ihr eigenes Päckchen zu tragen mit ihren Problemen und die hat es aber auch mit The Work in den Griff bekommen. Und wie die sich mittlerweile entwickelt, ist fantastisch zu sehen. Und sie hat mit The Work eine schlimme Mobbing-Kampagne in der Schule gehabt, in der Oberstufe. Und mit The Work war das dann so gewesen, dass die Mitschüler, die sie gemobbt haben, zum Schluss sie gefragt haben, ob sie die Hausaufgaben haben könnten oder ob sie die Hausaufgaben aufschreibt, weil sie die Stunde nicht kommen können wegen Arzttermin. Und die Farina war da gestanden, hallo, was ist jetzt passiert? Und sie hat auch zu diesen Jungs nichts gesagt, gar nichts. Sie wurde einfach auf einmal akzeptiert. Und das ist auch ganz fantastisch. Und das ist auch ganz fantastisch.